Die nächste Frage, die ihr gestellt habt, lautete, wie viele Busse hat Trostorf? Die Stadt Trostorf hat keine Busse. Die Busse, die in Trostorf fahren, gehören der RSVG. Die Abkürzung steht für Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft. Die Busse der RSVG fahren im Rhein-Sieg-Kreis, rechts vom Rhein, also auch in Siegburg, Loma und sogar in Windeck. In Trostorf verkehren acht Buslinien. Die RSVG hat 190 eigene Omnibusse und 80 von anderen Unternehmen.